Untertitelung des ZDF, 2020 Ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut, heute aus unserem Kreuzgewölbe wieder und da haben wir euch schon mal ein Video präsentiert und heute starten wir richtig auch mit Hochsommern. Wir haben ein wunderschönes Thema in Schokobraun von Makarell, ein wunderschönes Limetel-Thema von Vicario Cinque, Mos Mos schlägt sich mit dem Lemongrass genauso dazu und die Mischung macht es natürlich aus. Bei mir totale Monari gekleidet, ein wunderschönes Thema, auch zum Schlendern, zum Ausgehen und zum Wohlfühlen für jeden Tag. Oversize geschnitten, ich starte mal mit mir jetzt. Diese Bluse, die ist von Makarell, natürlich Baumwollbluse und Oversize, ist wirklich ein Renner. Dazu gibt es die wunderschönen Strick-Tops, ich kann genauso mal ein ärmloses Top darunter tragen, mit ein bisschen Glitzer, das gehört halt zum Monari. Und da haben wir einen wunderschönen Rock, geht von Größe 34 bis 46 und eher Oversize geschnitten, also 48,50 könnt ihr es genauso tragen. Bei der Hannah haben wir ein wunderschönes Kleid von Makarell, eher hoch angeschnitten, geht von 34 bis 44 und ist sehr luftig, hat ein bisschen sehr drin, natürlich voll im Trend. Jetzt starte ich mit den tollen Kleidern von Makarell, 1978. Das ist das tolle Kleid von Makarell, ist reine Viskose, hat Taschen, super fluffig Leid, geht von 34 bis 46, also würde 48 genauso gehen. Und was ganz toll ist, im Sommer stelle ich das ein bisschen rauf, indem es auch ungefüttert ist, kannst du mit deinem Kleid ruhig 30 Grad um, ja, und das ist das tolle Kleid von Makarell. Und das nächste wäre von der Firma 1978. So, jetzt sind wir schon beim Urlaubskleid angelangt, oder waren in der Silberzelle Flanier. Das ist eine reine Baumwolle, ist von der Firma 1978, ein ganz tolles Kleid, ich sage, wenn man schöne Schultern hat, ich sage, der Hannah will es perfekt passen. Und ist nicht für jeden Typ geeignet, aber wenn ich sage, ich trage es ein bisschen leichter, ich mag es weit und ich will schulterfrei sein. Ein wunderschönes Kleid, und da würde ich jetzt genauso die Wäste von Makarell Jeans wieder zutragen, die gibt es in weiß, in schwarz, in marina. Ja, und das wäre dann auch, wenn es ein bisschen kühler ist, und wenn es nicht schulterfrei, ich hoffe, es gefällt euch, für uns ein traumhaftes Kleid. Ein kurzer Ausschnitt mit dem Lämmengras. In diesem Lämmengras gibt es ein wunderschönes Strickteil, das ist ein Dreiviertelarmpulli, eher ein bisschen weiter vom Ausschnitt. Und diese Teile passen natürlich perfekt zu den Leinenhosen. Die Obersize-Leinenhosen haben wir schon im Geschäft, die sind auch ideal für den ganzen Sommer, eine gehört mindestens im Kasten. Und dieses Teil möchte ich gerne vorstellen, das ist die Bluse, die ich darunter trage, ein wunderschöner Lochstick, alles reine Baumwolle. Und man kann natürlich diese Farben ganz toll mit dem wunderschönen Thema kombinieren, mit dem Schokobraun und mit Weiß. Man muss nicht nur mit Weiß, man kann jetzt auch Pink, Grün, jede kralige Farbe tragen. Und wir haben es mit dieser Farbe kombiniert. Die Schuhe sind wieder von Marco Tozzi, verkaufen wir sehr gut, egal ob es jetzt ein Pimp, ein Snickers, auch die Sandalen sind. Natürlich ist alles angesagt, man kann drohen, was man will, es muss nur passend zum Outfit sein. Und ganz kurz, die Basic-Taschen, also die Rucksäcke und die Taschen vom Gäse, die finden immer Verwendung. Und da haben wir sehr praktische Modelle. Dieses Modell würde die Sack in Weiß geben, mit einer Innentasche, also für die Hörner nehmen wir die kleine Tasche, übel die große bevorzugen. Und das sind wieder Taschen, die man für jeden Tag brauchen kann. Und auch für einen nächsten Städtetrieb ist dieser Rucksack total gut geeignet. Und dass man die Kollektion jetzt noch perfekt sieht, möchte ich nun die einzelnen Teile zeigen. Es gibt bei dem Gleit, wo sich die Hörner vorgeführt hat, eine wunderschöne Bluse. Auch ganz leicht, ärmlos. So gibt es ja natürlich die Hose dazu, die ich zuerst vorgestellt habe. Eine richtig schöne, leichte Kulotte. Und da haben wir eine wunderschöne Bluse von Maccarell. Dieses ist auch so ein Teil, mit dem kann ich auch schöner ausgehen. Man sucht oft ein besonderes Oberteil. Wird perfekt zur Hose, zum Rock, bei mir genauso dazu passen. Und ja, das sind auch die einzelnen Teile. Und mehr gibt es im Geschäft. Und eins möchte ich auch noch sagen bei diesem Video. Ich möchte ganz herzlich bei allen Damenrunden bedanken, die immer bei uns vorbeikämen. Heute habe ich abends auch wieder eine Damenrunde. Die macht einen Standisch bei mir im Geschäft. Und da dann ein bisschen shoppen. Und natürlich macht das auch viel Spaß. Und liebe Grüße nach Hauzenberg, an Kinse, nach Deckendorf, nach Linz, nach St. Quallendin, wo die Damenbrot nachkommen. Das freut mich immer wieder. Und natürlich kann man sich Termine bei uns ausmachen. Wir sind immer für euch da. Euer Silvia Atzinger. Das freut mich immer wieder.